Ich bin beim schlafen gewesen, jetzt bin ich aufgewacht, jetzt gehts los mit dem Ruff beziehungsweise weiter, ja. Ok, wie ihr seht, gehe ich hier zum WC rum, beziehungsweise in Richtung Toilette und jetzt gehe ich in Richtung Toilette und ein bisschen Kacke. Ja, ich habe da so extra ein Loch in der Hose gemacht, damit ich meine Hose nicht ausziehe und dann trotzdem richtig ziele. Klingt eklig, ist es auch. Also bespringen wir das. Ich bin auch fertig, zum Glück, Gott sei Dank. Und hier seht ihr mal ein Waschbecken, da bin ich jetzt für das erste erstmal beschäftigt. Hier da oben der Spiegel, aber den seht ihr im nächsten Video gar nicht nur mich, eigentlich dann sogar. Ok, wie viel gehts dann weiter? Zahnbürste, Zahntaster. Hier ist der Zahntaster mal Zahnbürste, wie ihr seht. Ja, das wars schon. Erstmal für das hier, dann mache ich mir die Hände und das Gesicht. Und dann muss ich den Beiseite durchgehen. Ja, das geht auch. Ja, ganz bestimmt ist auch geil. Verbeobacht das doch, wenn, so schlimm niemals. Was? Wenn ich das jetzt. Und ich bin fertig. Jetzt trock mich das auch ab. Und weiter geht's. Es ist weiter los mit dem Lock. Ja. Und ich laufe in der Richtung. Ja. Okay. Okay. Jetzt bin ich hier. Mit meinem Handy. Mit meinem Zimmer. Aber diesmal bin ich mit meinem Handy. Cool. Wow. Alter. Ich habe mich jetzt hier in der Banken gesetzt wie ihr seht. Hier ist noch einer. Ja. Ich laufe jetzt hier weiter wie ihr seht. Hier runter. Hier kann ich es besser sehen. Runter. Wie ihr seht. Ja. Ja. Das ganze hier. Schon cool. Das ist auf jeden Fall geil. Wie ihr seht. Ja. Ja. Zum ersten Mal seht ihr das. Was ich in deiner Brücke laufe. Vor Wellen. Ja. Das ist eine Küche, Wohnzimmer. Ja. Ankommen. Links. Ist gut fürs Fernsehen. Hhaha. Lustig. Das ist nicht das nächste look. Alles mal. Naja, alles mal zuasan. Das war es ja. Und hier mach jetzt da mal so eine noch. Kotechniger Ensignno. Domeern mit weißen clothing. Ich gucke durch sich. Aha. Lustig. Ruhe. Tja. 4 Ksch. Da när learnt man eine Frage. Okay, jetzt ein Bananer. Ich habe gesagt, ich habe sie jetzt gegessen, ne? Ja. Jetzt trinke ich. Pauwandscola. Blasen. Seh zu. Wenn ihr seht, zu lang, lang, voll. Das ist auch voll. Das war super. Haha. Jetzt geht's. Pauwandscola. Also wie ihr seht, wenn ich jetzt hier ankomme, ja, bin ich schon mal am Lieblingsplatz angekommen, der seit diesem Jahr 2022 neu ist, weil da ein Laptop ist und vorher waren da ganz andere Sachen, deswegen, also es war letztes Jahr, deswegen, also dieses Jahr ist das mit dem Laptop, 2022, letztes Jahr, es war 2021, war halt kein Laptop, sondern andere Sachen, was weiß ich dann noch am Schreibtisch, letztes Jahr, und dieses Jahr seht ihr mich halt hier, ja, ja, ich bin am Laptop und dann seht ihr das dann auch, ich swipe jetzt hier rum mit meinem Laptop, ja, das klick, klick und so weiter, es hat die Maus, Dacke, also so weiter, das kennt man ja schon, und, ja, also, ja, ich bin halt hier, wie ihr seht, ja, also, ja, das macht auch halt irgendwie Spaß, und so weiter, also, das kennt man ja halt. Und, ja, jetzt, äh, seht ihr, dass die Laptopbeleuchtung an mir dann haftet, dann seht ihr das auch, das ist auch tatsächlich, äh, so passiert, damit es besser sieht, dass ich auch im Laptop... Sie sieht voll Bombe aus! Klar! Sie sieht Bombe aus und sie ist die Bombe! Haben das schon kapiert, was diese Witze von 1998? Ich hab ein Bombenentschärfungs-App runtergeladen, nur für den Notfall. Selbstverständlich, klar! Okay, ähm, nimm den grünen Draht! Alle Drähte sind grün! Was? Oh, oh, das war ja wohl doch nicht! Wir müssen hier weg! Nein, Sekunde noch, ich kann das! Aaaaaaah! Ja. Okay. Ich hab mir jetzt hier in der Banken gesetzt, wie ihr es hier seht. Und, hier ist noch eine. Ja. Eins. Zwei. Drei. Oh, vier. Fünf. Oh, sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich bin beim Schlafen. Sieben. Schlaf. Sieben. z-